so jetzt versuche ich hier mit der einen hand die futterschüssel mit der anderen hand die kamera und jetzt hier wie ein propeller ist es sicherlich guckt es euch an wer hat den besten platz das nennt man sozusagen fritterung der raubtiere mal wieder hat dann was ist denn mit dir los so